hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu state of decay so ich habe mir das spiel rausgesucht es ist im game pass drinnen bei der xbox series x oder generell xbox ich weiß nicht was mich erwartet ist es aus 2018 der nachfolger von state of decay ja es ist ein bisschen aufgehübscht und hast du nicht gesehen wir starten einfach mal direkt in die kampagne rein ich weiß nicht was uns erwartet zombies und der tod also ja in state of decay 2 führst du in einer post apokalyptischen welt ich sitze darüber vielleicht kann ich mich hier ganz schwindelig in einer ich guck mal nach da kann ich nicht lesen vielleicht so wirst du in einer post apokalyptischen eine gemeinschaft von überlebenden ansammel ressourcen baue dein zuhause auf und kämpfe gegen hungrige zombies die das land regieren wer hier das land regiert das werden wir doch mal sehen jetzt muss ich mich da wieder richtig hin positionieren ich habe mich auch erschrocken als ich mich gesehen habe gemeinschaften wie ich habe keine ok neue gemeinschaft wie keitsgrad standard ausgeglichene gefahr und ressourcen eine angemessene herausforderung die nicht alle überlebenden überleben werden schrecken albtraum tödlich ok grün eine freundlichere apokalypse ja ich meine ich viel spaß haben leute ich will ja komm das machen wieso ich will meine ruhe haben so wie können wir können sein sabana oder vincent sabana scherche mitarbeiterin im verkauf und er ist kassierer ok bierliebhaberin hat auf einem zug überlebt ok hat angst vor ratten ja ich meine ok geistesgegenwart schießen schießen mechanik ja also so es gibt mehr ach so ist sind immer zwei ok made cardio geistes ok der ist ein bisschen aber kann gut schießen war in der berufsschule ja auch geil kämpfen schießen die können halt einfach nichts irgendwie ja wie ihr seht oben mein neues projekt bald vielleicht ein zwei videos zu battlefront ok spoiler alarm beziehungspause alte freunde grüß gremige geschwister ok anton magenta und lexi kardio schießen chemie kämpfen wo weiß ich glaube seltsames paar rachel und jack ich glaube wir nehmen hier irgendwie die beiden was mit meiner cam los wir wollen ja mal wieder zurechtrücken das teil du sowas geht ab was geht ab ich hatte das spiel überhaupt nicht auf dem schirm ist halt schon fünf jahre jetzt auch alt wir müssen mal sehen was wir da geliefert bekommen wie die zombies laufen ein bisschen groß oder das sieht schon besser aus das sieht oder da müssen wir gleich mal sehen was ich verberge gar nichts ok ich bin nicht mit dem jetzt rum labern alter hier kann ich irgendwas greifen rinden lb gedrückt halten ok ist auch eine komische tastenkombi du kleines dicken gekümmert ok ja bin ich immer dieses was soll das wenig mit ihm das ist nicht gut von der armee mit jeder das was zum muten ich muss luten eine zeit mit dir zu quatschen mensch ok durchsuchen hell durchsuche ja ich muss alles gedrückt halten lb was ist das gefundener gegenstand ein verband nehmen ok da hinten sind noch zombies hier kann ich wende verbände ja mensch ok dann ganz soliden eindruck wieder vorne schnitzeln wir auch perfekt was war das ich kann mit ihm ich will nicht mit ihm reden mensch die boche aber nein mein basis kaputt ich habe ein messer kommt dann noch was auch genug jetzt ja ja wir brauchen wir brauchen eine bessere waffe ja natürlich logisch ok bei schnellbesuche kann es also quasi jetzt haben wir nicht gelesen wasser was ist das was ist das schneller laufen oder was dann wo kann ich mein inventar 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 oh mit taschenlampe ah hier was haben wir da tüte mit snacks 0,2 pfund wiegt das ding verwerten aha voller kalorien mit konservierungsstoffe bla bla stellt sofort ausdauer wieder her und lindert für kurze zeit den hunger aha na gut ok also bis jetzt macht es einen sehr guten eindruck muss ich sagen grüße gehen raus an luis man kann das auch wurde mehr spielen spielen okay da habe ich dem alles mit gemütlich hier bleiben wir nicht hier so ist natürlich bis jetzt sehr linear aber mein bald kommt the day before oder so was raus das könnte auch so in die richtung gehen so wie kann ich das jetzt das inventar ja und den hier ausrüsten ausrüsten alles klar jetzt sollten die zombies sich aber okay es ist sehr smooth auch mit der mit der steuerung macht einen echt guten eindruck nicht ehrlich schnell durchsuchen ich habe auch schwierigkeit auf leicht also was soll schon passieren denke ich mir ok ja nichts zu sehen hier ne no retreat was kann ich dadurch suchen was schön dass alles blinkt was ich luten kann so kann man eigentlich nicht viel verpassen ja da waren wir wieder ein bisschen laut was macht die da klopft ihr den boden an kann man die nicht irgendwie so anlocken das werden jetzt hier gerade ein bisschen viele ok jetzt aber ja geht doch ran du vollidiot oh ja so smooth und hier empfinde ich ja du auch noch spaß ich will meine vorräte nicht teilen ja macht einen sehr guten eindruck sehr schön ein paar mehr verbände und ich will hier no hate hören dass ich auch leicht spiele ok ok wie war noch mal taschenlampe hier ok no entreat ok mit mir scheißegal was da steht ich habe doch die taschenlampe an spiel merkst du es nicht wenn man merkt es noch oder was wo ich jetzt durch schließen erschließen jeder weg du kleiner man das macht man nicht hallo wo das gewissen hat das irgendwas zu bedeuten hier in dem spiel erstmal roh luten solange es in einem spiel gut gibt bin ich bin ich voll dabei ich sag's euch ok jetzt nicht danach aus jetzt wer hier wocht irgendwas richtlinien ok ja zahnpasta pinatas den container durch so ok ja ich mit ihm sprich mit ihm ok dann dann nicht wie ist das denn die haltbarkeit reparieren also ich könnte ok tötungspotenzial kann man das irgendwie vergleichen oder so ja ok wir sind stabil was wird noch kommen wir sind da erst jetzt also mit reparieren und zombie apokalypse wo ja Leute das habt ihr wie ein golfball hat der falter ok ja doch Leute ich fühlts ich fühlts ich hoffe es kommt gut bei euch an wenigstens ein paar das gucken ok durchsuchen eine machete das ist immer gut ist dann der rucksack voll hier kann man das was kann man dann abwerfen das war die wollen wir mal ausrüsten ich bin da ja nicht so richtig ich probiere auch gerne mal aus ok noch ein verband ja alles gibt nur dreier stacks das ist doof sagt lass dich doch mal so also ja ich kann es jetzt schlecht vergleichen wir haben voll die guten sachen gefunden was für nichts bewegen uns geduckt ich hätte ja alle gekillt aber also stealth kills machen ha ja ok ja nice wie viel sind es 1 2 3 4 5 6 naja gut ist ja ein bisschen viele ja ob es er denn ha ha der läuft gegen zaun die alte die komm99 aufs geht automatisch gott sei dank ich hatte angst macht er da acht der gute gebissen wie rennt die denn los ok leute ich würde sagen für die erste folge da oben seid ihr irgendwie stimmt ja was mit meinen lichtern nicht ich sehe so komisch aus also ich sehe immer so aus ich hoffe der ein oder andere guckt sich das an ich hätte bock drauf dass ein bisschen weiter zu spielen ich werde auch gleich noch eine folge aufnehmen danke fürs zuschauen ich hoffe seit nächsten folgen wieder dabei